was geht's ihr liebe leute hier ist wieder euer crush für der fiktion zurück bei let's play dring muss die boten kai ting kai g2 für playstation 2 machen wir bei der cyborg saga ab dem zeitpunkt wo super trunks nun erwacht und sich gegen perfekt stellt welcher nun die cyborgs also beide cyborgs absorbiert hat und damit seine perfekte form erreicht hat trunks hatte das ausmaß seiner macht sogar vor wie geht der geheim gehalten bis jetzt trunks vertraut den weg geht der krillin an und fordert den perfekten zahl heraus nur ist er zwar jetzt stärker als perfekt zahl an sich aber wir wissen wir kennen das ja wir kennen den extremen nachteil von dieser verwandlung zu aufgepufft und dadurch ist viel zu langsam beim kämpfen komm raus komm raus natürlich kommt er nicht raus ja und deswegen konnte ich auch mit dem heftigen angriff nicht treffen vorher noch so also so come on das ordentlich weh tut das hat nichts gebraucht shit merkt man deutlich den unterschied hier geschwindigkeit das ist einfach so der der wartet bestimmt einfach darauf in der position weil er weiß dass nicht getroffen werden kann von mir aus shit so weiter aber irgendwie ist es mir dadurch auch möglich durch die langsamen da kann man auch einen vorteil daraus ziehen irgendwie dadurch dass er so langsam ist und zwar in dem sinne dass man ist mir auch aufgefallen dass ich offscreen gegen die pflanzen männer gekämpft habe und der ist nämlich weg teleportiert von den von den aufeinander folgenden kombo attacke wenn er nach oben geschleudert wird und ich habe aber meine kombo nach wie vor fortgesetzt und durch die verzögerte angriff hat er hat versucht dann um mich noch zu entdecken durch den verzögerten angriff ist er tatsächlich in den finalen angriff reingeraten also da könnte man auch einen vorteil daraus ziehen weil bei den gegnern bisschen verwirrt durch die verzögerung naja zumindest was die computergegner betrifft weil ich glaube den gegen menschliche spieler die die wissen ja die wissen dagegen vorzugehen und deswegen ja supertrunks man merkt auch deutlich den nachteil es ist auch so deswegen zum beispiel deswegen zum beispiel sind ja auch kampfsportler nicht so auf extreme muskelmasse fixiert weil diese weil der grund warum sie jetzt nicht bodybuilder masse ähm erzeugen es sei denn es sind ringer es sei denn wenn sie ringer sind also ringer sein sollen aber der grund warum sie deswegen diese muskelmasse der reichen ist weil sie ja dadurch auch genau wie man hier sieht nicht schnell genug angreifen können weil klar sie haben dann mehr kraft aber dann auch weniger geschwindigkeit und das ist auch der springende punkt es sei denn wenn man ringer ist dann hat man natürlich auch umso größere muskelmasse und dann passt das auch irgendwie da mit zusammen aber bei bei einem anderen kampfsportarten wie karate oder kung fu oder was auch immer da passt das nicht da da fokussieren sie sich auch deswegen mehr auf die technik und weniger auf das muskeltraining weil ja muskeln werden auch mit antrainiert deswegen kommt man schon an sich eine gute recht solide muskelmasse zusammen weil man muss ja auch immer noch möglichst viel power hinter den schlägen und kicks haben aber man darf nicht übertreiben weil so hat man einen guten also kann man auch schnell agieren also das kann man auch umso schneller die techniken einsetzen deswegen haben sie dann also und deswegen ist es auch effektiver dann ja das ist auch der grund warum kampfsportler dann wie gesagt weniger auf solches bodybuilding setzen und mehr auf die techniken und nur bis zu einem gewissen grad eine muskelmasse entwickeln ja gut dann mal weiter selbst mit seiner unglaublichen neuen macht kann trunks sel nicht besiegen und das kann nicht gut werden das kann nicht gut ausgehen aber kennen wir ja nicht anders und ich bin auch noch mit ihm aber das lustige ist auch er hat zwar ein jetpack aber diesen nutzer nicht wirklich weil er torkelt trotzdem in der luft rum wie die anderen wie zum beispiel jachikrubi oder mutterosche oder so und wir machen trotzdem das spielchen mit yamchu oh ich habe gar nicht gesehen was wir bekommen haben shit woher gibt es trotzdem wieder dieses spielchen mit yamchu oh gott mit mr satan ich weiß ja nicht ob das gut geht kann man auch wirklich kaum was ausrüsten hier ich habe noch gar nicht überprüft ob ich da uranai baba noch was zusätzlich hm das glaubt man nicht ne so ich meine etwas mehr buffen und das power möglichst viele buffs hinzufügen dass ich vielleicht noch eine chance habe mit mr satan oh je mini hat der angriff schon gebufft äh die abwehr möchte ich noch erhöhen hier wie ist die denn hier ich konnte das nur übersehen das sind dann noch seine explosionsangriffe aber ich würde sagen eher nur eins und zwei ergeben meistens hin weil es der ultimative angriff ist ja auch eher ein troll angriff weil mit denen macht er wirklich so gut wie keinen damage oje oh ja komm machen wir es mal so nutzen wir das gleich auch bei ihm mit den anderen kann ich es immer noch verbessern oh god dieser level a ich weiß nicht ob ich das schaffen würde probieren wir es mal ob ich ihn wenigstens überleben kann weil ich muss ihn nicht besiegen aber es wäre mir schon lieber wenn ich ihn besiegen auch besiegen könnte ja und ich sag es ja wir schauen uns an wie sie aussieht wie sie aussieht hier oh man shit shit der lässt nicht locker ich verliere das hier ein geschenk für dich Boom. Ah! Wieder Träume. Ja, das kann ich mir selbst bei Yamchou vorstellen. Das ist ironisch jetzt aber auch bei Mr. Satan. Er ist eigentlich auch so stark wie so Goku als Kind damals. Das muss man auch noch bedenken. Und der war schon richtig stark. Also wenn er das Training ernst genommen hätte, dann hätte er auch schon... Oh, shit. Bist du da? Natürlich nicht. Warum setze ich die Geschenkbombe ein? Vielleicht schaffe ich das noch, wenn ich mir jetzt genug Treppe hinzufüge. Ich meine, der Wurfanzig ist schon cool. Oh, shit. Runter mit dir. Wo du sicher bist. Jetzt! Zuhu ihn! Nein! Warum? Muss er das wieder machen? Ja, ich werde es nicht schaffen. Shit! Hör auf! Ich verdrück mich immer. Ja. Ja. Scheiße. Es sah so gut aus. Ich kriege wahrscheinlich keinen weiteren Versuch. Ah! Nein, ich kriege keinen weiteren Versuch. Ich versuche es halt Oskar nochmal. Aber, ja. Wie gesagt, wenn er das Training weiterhin ernst genommen hätte, hätte er zumindest das Niveau von Tenjin Han erreicht. Auf jeden Fall. Weil, er hat eigentlich ein Talent für den Kampfsport. Er ist nicht umsonst amtierende Champion unter den ganzen anderen Normalos außerhalb den Z-Kämpfern. Er ist schon talentiert, was das betrifft. Weil, ich meine, er zerreißt ein extremst dickes Buch. Mit bloßen Händen. Und er zieht mehrere Busse auf einmal, die schon mehrere Tonnen schwer sind. Über mehrere Kilometer. Und schlägt sogar durch einen durch. Gut, er steckt auch dazwischen fest. Aber trotzdem. Der Typ hat eigentlich Talent. Und wenn er das Training ernst nehmen würde, so richtig und nicht so... Weil er halt der Champion ist, dass er immer wieder als Gewinner feststeht. Ja, dass er dann deswegen nicht trainieren muss. Wenn er den Erfolg nicht zu Kopf gestiegen wäre, der Typ könnte wirklich das Niveau der Z-Kämpfer erreichen. Und genau aus diesem Grund ist es auch seine Tochter um viel stärker geworden als er. Selbst seit sie noch immer in Minderjährigen. Selbst in Minderjährigen Jahren. Weil sie hat das Training wenigstens ernst genommen. Er hat sogar noch gelernt zu fliegen. Zu den anderen Z-Kämpfern. Mr. Satan hätte das alles auch lernen können. Er hätte wirklich durchaus... Das Niveau der Z-Kämpfer erreichen können. Na gut. Wie gesagt, ich werde das jetzt nochmal ausgehen versuchen. Ob ich das jetzt überhaupt noch hinbekomme. Weil es sah nicht schlecht aus. Ich hätte es vielleicht schaffen können, aber... Ja. Es waren halt... Ich war halt ein bisschen blöd positioniert dazwischen. Es waren halt... Ich hatte halt leider Gottes dazwischen Pech. Na gut. Dann sind wir wieder, wenn man nicht den Kampf mal gewinnen kann. Dann sind wir wieder, wenn man nicht den Kampf hat. Ich werde dann auch davon verkaufen. Ich werde dann auch hier gefunden. Ich werde dann auch in Minderhaus. Ich werde dann grandfatherwischengun structural Problemen beim Weg finden. Ich werde dann auch ein paar Lieben Buschdurfablon oder 쓰면. Dann sind wir wieder dankbar. Der Sieg, Antwerf ablose,rics pega diesen fillklogen und macht. Ugh, und wir wollen wartet. Das war's für heute. Das ist nicht so, was ich zu tun. Das war's für heute. Geschafft! Oh, Mann! Das war nicht einfach, aber es hat geklappt. Das gibt einen Haufen IP und einen Haufen Kohle. Nice, Mann! Und? Aus uns hat es bloß vier? Und Fuchsmaske? Hm. Dann gebe ich ihm das doch noch gleich, weil das hat er am dringendsten nötig. Okay, ich würde aber sagen, wir machen gleich weiter mit der Story. Lassen wir die Pflanzenmänner hier. Dann mal los. Der schicksalhafte Tag der Assault Games ist da. Doch die Z-Kämpfer finden sich als Zuschauer wieder, als Mr. Satan in den Ring betritt. Oh, das wird ein Messer. Oh. Ich dachte schon, der hatte Level 992. Okay. Warte. Es wird mich da jetzt komplett verguckt. Tut mir leid. Ich habe jetzt das doch von den richtigen Schreck bekommen. Heilige Scheiße. Was war da jetzt mit mir los? Okay, außer so ein Slot plus vier. Wo haben wir das dann? Wo ist es denn? Da. Jetzt aber. Jetzt können wir noch etwas zusätzliches geben. Geschwindigkeit vielleicht. Also ein bisschen. Ja, ein bisschen Speed bekommt. Warum nicht? Machen wir es halt so bei ihm. Überlegen es, solange es geht. Äh, äh. Ich versuche mal den Kampf zu gewinnen. Mal sehen, was dann passiert. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie hin. Oh, bitte. Mensch, mit Glück. Das ist irgendwie geklappt. Ich habe ja von vornherein schon volle Key. Und ich kann damit... Warum kann... Weil ich nicht den Blick hatte. Bitte triff. Scheiße. Jetzt auch. Und das ist schon realistisch hier. Zack, 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 zack. Bom, 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 bom. Hahaha. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, vorher noch hin zu besiegen, bevor die Zeit abläuft. Wenn ich ihn weiterhin da mit Vollspamme, dann müsste das klappen. Bislang sieht es gar nicht mal so übel aus. Oder mache ich damit ein bisschen mehr Schaden als gegen Yamchoo. Aber gut, Yamchoo hat auch einen deutlich höheren Level. Warum habe ich... Hahaha. Das sollte normalerweise nicht realistisch sein. Komm. Jawohl. Runter mit dir, damit ich aufladen kann. Bitte triff, triff, triff. Yes. Zack, bum, 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 bum. Hahaha. Also. Das ist ein bisschen... Lächelig, dass ich auf diese Art und Weise muss. Mit maximaler Power vielleicht. Oh. Oh, damit habe ich deutlich mehr Schaden gemacht. Nice. Oh nein, was mache ich? Shit. Räscht ich auch nicht auf? Das ist ein bisschen schwierig, aber... Bumm. Oh shit, das reicht nicht aus. Aber da wird es dann ausreichen. Shit, 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 shit. Komm, triff ihn. Nein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Hahaha. Ich glaube es nicht, ich habe ihn geschlagen. Ich habe es geschafft, Leute. Ausweiß Silber. Ah. Hm. Interessant. Ah ja, stimmt der ist für... ...für Urana Barbas Geschäft damit. Könnte ich jetzt bessere Produkte bekommen, ne? War das so? Ich hoffe es mal. Müsste ich mir einfach mal angucken. Natürlich schenkt es dem lächerlichen Gehabe von Mr. Satan keine Beachtung. Ja, was auch lustig war, obwohl es eigentlich ein blutrünstiges, tödliches Monster ist. Auch er hat seinen Stolz und hat Mr. Satan nicht mal getötet. Er hat ihn einfach nur weggeschubst. Und das war's. Klar, er ist natürlich gegen einen... Er hat... Er ist natürlich, äh... ...geflogen wie eine Eins gegen einen Berg. Aber das hat er überlebt. Zeigt auch, dass Mr. Satan eigentlich... ...ja, Sal hat sich zurückgehalten, aber trotzdem... ...das zeigt trotzdem, dass... ...Mr. Satan eigentlich... ...Potenzial hat, wenn er es nutzen würde. Aber gleichzeitig macht das ihn auch... ...tue ich auszuwählen. Wirklich einen der lustigsten... ...einer der amüsantesten... ...und einen der besten Charaktere von Dragon Ball für mich, weil... ...irgendwie... ...irgendwie mache... ...ist es auch wirklich bei ihm amüsant, weil er sollte eigentlich nur ein... ...nerviger... ...Juckscharakter sein, aber in Wahrheit... ...in Wahrheit macht ihn das auch so ikonisch. Zumindest für mich jedenfalls. So, ...weil wir beginnen mit CELL-Games. Wie soll ich das machen? Nun muss und Goku sein können unter Beweis stellen. Oh ja. Ja, aber zuvor guckt man es auch in Orana-Baba-Shop und weil... ...ich schätze mit diesen Ausweis bekommt man auch nur, wenn man es wirklich schafft... ...Zell zu besiegen, statt dass man einfach nicht überlebt. Aber das ist halt jetzt nur eine Schätzung. Keine Tatsache, weil ich habe schon das Spiel Ewigkeiten ja nicht mehr... ...gezockt. Ich habe es ja schon mal durchgezockt, aber ich... ...kenne halt alles nicht mehr. Ich kenne halt so vieles nicht mehr von dem Spiel. ...wie das noch ablaufen wird. Tatsächlich, der Rang hat sich... ...also es hat sich einiges verändert und... ...ja... ...schau eine an, schau eine an, schau eine an. Es gibt neue Ware. Ach ja, ich müsste was verkaufen. Ich habe jede Menge... ...ja, es ist, äh, zu verkaufen. Einen Drachenradar lasse ich natürlich da, weil... ...könnten nur erscheinen. Hm. Immer da Stempel habe ich doch schon, ne? Gerechtigkeitsliebe auch. Ich wünsche, ich könnte da einen Überblick haben, was ich schon alles habe. Stärkere Vitalisierungs-Generation. Hm. Ich meine mal... Moment. Für wen ist das? Also, Mr. Satan, Videl und... ...große Saiyaman 2. Ja, stimmt. Große Saiyawoman, besser gesagt. Und da sie? Oh. Okay, man kann damit sich wiederbeleben. Hm. Oh. Wow. Das ist eine gute Kombi. Damit kann ich gleich zwei Stats, äh... ...auf plus sieben verbessern. Ich bin dafür mal fünf Stück. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Oh. Da haben wir auch was. Muvis Hilfe. Und King Coles Hilfe. Und Spopovic. Was hat der? Oh ja. Alarmier-Stats-Verbesserungen. Selbst die Ambu. Okay. Äh, shit. Ich verdrück mich jedes Mal. Oh. Das ist aber krass. Kampfjacke. Man kriegt der Ausrüstungs-Lost plus zwei. Und nebenbei auch noch einen garantierten Verteidigungs-Boost. Und hier auch noch... Ich pick los. Und wo ist der Unterschied? Shit, cool. Und vom... Das ist eigentlich dasselbe. Oh. 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 Alter. Was ist denn das hier alles? Ey, da ist wirklich einiges hier. Ich weiß nicht, was man sich hier besorgen kann. Da hat man wirklich einiges an geilen Zeugs hier. Was wirklich viele Vorteile bringt. Nichts. So, aber hier. Das habe ich auch gerade eher im Blick. Alles plus Zehner. Kann ich gleich die nächsten Charaktere dann damit ausrüsten. Ich frage mich dann, wann ich dann die Goldkarte kriegen kann. Es wird wirklich Zeit, dass das Geld mal aufgebraucht wird, als ich schon aufgestaut habe. So, das passt. Hm. So, liebe Leute. Man hat uns ein bisschen aufgestockt und im nächsten Part geht es dann weiter. Wenn mir Geld, wenn es zu gefallen, wusstet ihr es bestimmt, muss es uns thumbs up und kommentar nicht vergessen. Dann sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. euer Crash-Foto. Wir geht Ihnen ein bisschen Spartan. Let's play Dragon Ball Z Borokai Tinkai G2 für Playstation 2. Also auf Wiedersehen und Tschüss, ihr Leute. G2 G3 K2